ja das ist doch schon wieder leute also ich weiß dass konnte verpeilt bin aber irgendwann ist doch auch mal gut das ist aber schon wieder Mist geworden heute ist nicht mein Tag so nochmal unten fahren sie rein so eine Abfahrt einmal hier und eine Auffahrt kann ich gerade noch nicht ganz ran setzen machen wir mal so eine Auffahrt nach unten so soll ich vielleicht dort auch das mal wegnehmen wird bestimmt keine so doofe Idee und hier fehlt oh hier muss auch die Ampel weg hier und hier muss die Ampel weg so andere Seite kommt auch noch und habe ich dann eben nur ein bisschen die Befürchtung dass das scheppig werden könnte und kann ich dann hier einfach so hier dann so rausgehen geht das und wenn ja so sieht das aus vielleicht bis dahin oder so jetzt möchte ich gerade nicht ausprobieren ich habe gerade nicht so viel Geld zack und zack und dann so wie um geht das hier genau in die falsche Richtung blöd ist halt dass ich das Ding hier nicht anwenden kann kann es zwar so rum anwenden aber dann eben auch nicht weiter das ist ein bisschen doof ok aber zum Glück gibt es da ein bisschen Abhilfe den ich das jetzt einfach nochmal so rum baue geht das so geht tatsächlich so cool ich sage doch nicht ab das zu kudel sieht daher auf mal weg jetzt gucken ne das wird nichts das wird oh schäppig ahhh das ist mit der Autobahn kann ich gerade ja nicht mehr weitermachen Verkehr staut sich halt bloß ein bisschen gerade wundert mich auch nicht wirklich gut gut da können wir dann ab hier oder bei hier ab hier ach da ist genau gerade so ein Transformatoren Teil halt halt so nochmal so nochmal bam gut und dort noch nicht das ist der Autobahn ist ein bisschen schwierig zu bauen leider und hier kann dann nochmal was das sie gleich so wieder machen können das könnte man jetzt eigentlich auch hier dann schon mal anbauen vorausgesetzt natürlich das kommt weg so genau das sind dann die Abfahrten der Zukunft wenn ich jetzt mal ganz kurz hier in die Verkehrsansicht gehe hier kann man schon relativ gut sehen dass es doch ganz gut funktioniert und es macht auch vor allem keinen Krach so haben wir jetzt das Problem schon mal ein bisschen in den Griff bekommen jetzt wollen natürlich die 4600 Stadtplanungsrichtlinien einzigartig Gebäude Ölindustrie die Haugen freigeschaltene Sachen auch die ganzen Dekorationsstrafen das ist gut Krankenhaus Feuerwehrhaus Polizien Hauptquartier Ölkraftwerk ja Ölkraftwerk 120 MW da sollte ich schon mal drüber nachdenken bald aber als nächstes machen wir jetzt erstmal die Autobahn überm Fluss und wenn ich jetzt hier mal schau da haben wir 4, oder sagen wir mal rund 4 Kesseln dazwischen und wenn ich jetzt hier einfach mal ich sag mal ungefähr dort nach oben brauche ich 4 Kesseln dann würde ich ungefähr da wieder anfangen ja ungefähr dort genau so also nochmal zwei ungefähr dort ne das war schon zu weit ungefähr dort doch jetzt das ist okay okay ach man lass mich genau hier so genau sieht ja natürlich ein bisschen anders aus auf der Seite ähm Wasserpumpe setzen Wasserleitung anschließen dann dann Autobahn bauen ja bam doch gefällt mir ganz gut so und auf der Seite hier geht das ganze jetzt ein Stück weiter indem wir da Industrie bauen vielleicht als erstes nochmal was zum ne zum Innenkernen ne erstmal nach oben raus kleines Stück so ich hätte jetzt gerne nochmal einen Orientierungspunkt von der anderen Seite dass ich mich jetzt nicht irgendwie verbaue halt dann muss ich die schon nehmen und hier bauen wir gleich mal eine sechsspurige und schon haben wir einen schönen Fixpunkt ausgehende Verbindung fehlt das ist natürlich sehr angenehm wenn die fehlt so dann einmal in die Richtung und jetzt wieder Mittelteile wegnehmen nicht genügend Geld dann warten wir bis wir das entsprechende Geld haben denn Geld vorhanden so und von hier aus eine Verbindung nach unten ich muss ja mal ja naja 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 nach drin dann mal so jetzt brauchen wir gerade die Leute und das Teil hier wieder Strom bin ich schon mal froh so ein Transformatoren Teil zu haben Schätze Produktion 0, ja das ist toll Wasser ist wieder da und hier drüben bauen wir jetzt ein Industriegebiet vielleicht auch schon mal ein bisschen größer dimensioniert und mit solchen Straßen Halt ich wollte es jetzt gar nicht anhalten so nein so nein so dann wechseln wir uns jetzt hier mal ein bisschen schon mit größeren Straßen ab weil ich selber vermute dass der Verkehr hier noch ein bisschen anwachsen wird später so so Wasser so so Stück nach unten und hier oben das können wir dann einfach auch weiter bauen oder da bauen wir erstmal wir bauen erstmal noch weiter unten ein Stück mal ab ab hier vielleicht so so erste Straße hier so so dann so nein so und noch ein Stück so und noch ein Stück so und so und so hier dass wir nicht unbedingt Platz verschenken auch wenn wir 25 Quadrate wieder haben aber Platz ist kostbar so zack zack auch hier wieder Wasser so ich gebe dem hier gleich mal eine eigene Wasserpumpe dem Gebiet was ja auch langsam knapp wird was das angeht so so Industrie da wo das Wasser vorhanden hier drin auch so Industrie darf jetzt gern hierher ziehen genau und dort oben brauchen wir noch Strom kann ich mal eine Leitung leisten die hier rüber reicht tatsächlich so die Gebäude bauen sich gerade alle auf und jetzt verlangen die Leute schon nach Abwasser das ist auch wirklich super gut das Problem sollten wir gerade gelöst haben jetzt warten wir nur noch auf Autos die darüber wollen gut ja der Bogen ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber ist halt eine kleine Sprungschanze wenn man mit 150 da drüber fährt genau genau die ersten Autos fahren hier rüber wir müssen aber die Ampel wegnehmen und ich denke wir schauen erstmal nach unserem Kredit würde ich sagen nur noch 44.000 was wir zahlen müssen okay schon noch ganz schön viel gerade okay das können wir ja noch nicht bauen die die dichten Wohngebiete das geht ja erst später dann hier nochmal Wasser ist dort okay Commercial auf die Seite dann geht erstmal der Bedarf ein bisschen wieder weg hoffe ich also hier ist dann wieder so ein Transformator okay okay wir gehen hier wieder ein in die Breite und und so können wir hier oben wieder Wohngebiete bauen genau Wasser ist vorhanden soweit und wir haben bald schon 5.000 Leute in unserer Stadt man glaubt es gar nicht wir müssen ein paar Ampeln weg ne wir sind schon Ampeln weg sind tatsächlich schon die Ampeln weg wenn man das Abwasser mit dem anderen nicht verbindet ist es auf jeden Fall so sinnvoll es ist natürlich auch etwas was man tun soll so besser viel besser Ampeln müssen weg 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 es leckt schon ein bisschen wenn man hier reinzoomen ja dann lass ich es mal nur mit der Geschwindigkeit laufen und ich glaube mein PC spart gerade rum ähm ich würde einfach mal sagen vielen Dank fürs Zusehen ich glaube meine Festplatte wird langsam voll wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei City Skylands vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin tschüss